Hallo Freunde, heute zeige ich euch eine sehr effektive Waffe beim Thai-Boxen, die sogenannten Low-Kicks. Die sind wirklich sehr effektiv und die zeigen ziemlich schnell Wirkung. Die Profis, wenn man zwei, drei Low-Kicks auf der selben Stelle bekommt, dann streikt irgendwann das Bein. Deswegen ist das sehr effektiv. Nochmal, wichtig, schön die Hände oben lassen und dass die Schläge von oben nach unten kommen, die dritte. Also nicht so planlos einfach so hinhauen, sondern schön gezielt von oben nach unten. Die Hüfte schön reinlegen in den Kick. Und dass man schön weit vom Gegner bleibt. Und genauso dasselbe mit dem linken Low-Kick. Da braucht man wieder ein bisschen Schwung. Das heißt, wenn ich so stehe und so mit dem Low-Kick kick, ist keine Wirkung. Da ist keine Wirkung. Deswegen brauche ich ein bisschen Schwung. Und das erzeuge ich, indem ich mit dem hinteren Bein diagonal einen Schritt nach vorne mache. Und so habe ich den nötigen Schwung, dass der Schlag zur Wirkung kommt. Einmal, zweimal. Nochmal langsam. Eins, zwei. Und jetzt schnell. Hopp. 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 Okay. Am besten, man macht das 30 Low-Kicks rechts, 30 Low-Kicks links. Und dann wechselt man das ab 30-30. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert fleißig meinen Kanal. Ich freue mich auf euch. Nächste Woche gibt es wieder was Neues. Ja, ganz genauATA. Mão una. Ja, auf jeden Fallõ rein. Kannst du ja, das nicht mehr sermon sein? Tschüss. Sit euch. うわjudяться. Schimsch. oder. Entschuldigung, anffullyisten.